Was seid ihr von Beruf? Musiker. Ist einer für mich ein DJ? Ja, ich. Effektiv, du legst Platten auf. Nicht mehr. Jetzt sind es CDs. Jetzt sind es CDs. Was legst du denn auf? Musik. Gute Musik. Aber hast du nicht mal einen rechten Beruf lernen? Das habe ich gemacht, ich habe das KV gemacht, ich habe 17 Jahre... Ich habe gesagt, einen rechten Beruf, nicht das KV. Also weisst du, jetzt darf ich mich mal fragen, was... Du hast ja Gärtner werden. Hast du gelernt? Ja, ich lehre jeden Tag dazu. Meine Schule ist das Leben. Ja, sehr gut. Darf ich mich fragen, was steht auf dem Tattoo? Hallihallo. Das Tattoo ist auf der Brust, das ist kein Tattoo, sondern ein Titel. Also könnt ihr abfahren, herzlichen Dank.